Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal liebe Grüße aus dem Urlaub, natürlich auch hier mit Messi-Shirt am Start. Und ja, Leute, auf jeden Fall Grüße aus Mallorca und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zusammenschnitt. Ich habe nämlich mit Ryricks bei einem Duo-Turnier vor circa einer Woche teilgenommen. Und ja, da waren die besten deutschen Duos am Start. Ryricks hat ja auch mit Felix am besten abgeschnitten von den deutschen Teams beim Trimix-Turnier. Aber Falaxi konnte an dem Tag nicht. Und dann hat Mats mich gefragt, hey, Anton, wollen wir spielen? Und dann dachte ich mir so, ja, wieso nicht? Und jetzt seht ihr, wie wir abgeschnitten haben. Let's go! Was hast du heute gesnackt? Ich habe mit Nudeln, mit Karottensalat gesnackt und Wassermelone noch. Okay, Jungs, jetzt wieder Konzentration. Vamos, Jungs, komm, wir brauchen ein bisschen Anfeuerungen. Vamos, vamos. Ich brauche hier einer im Hangar. Hab's da direkt markiert. Möge ich sehen. Puschen und drückt. Pass auf, er schießt zurück, Bruder. Bruder, er fuckt mich hier ab. Tot, ein Tartüppel! Ich bin auf seinen Gepäck, Digga, gesprungen. Da frechfalls. Äh. Das ist das erste Turnier, was man so ein bisschen früher anfängt. So tagsüber auch, ne? Äh, die sind hier in einem Container, ne? Ja, ich hab ihn genockt. Das ist das Bounty. Wo ist dein Freund, Digga? Das zum Shop, was drungen gucken und sehr froh. Oh, ich schießt uns irgendwo hin. Äh, hinten, hinten, ganz hinten. Ah ja, bei diesen Teilen, bei diesen Teilen, Maxi. Ja, ja, ich hab geklastert, geklastert. Ich fahr hin, ja. Er läuft grad weg, Bruder, komm. Nimm ich mit, nimm ich mit, nimm ich mit. Da, da läuft er. Ich hab den, Bruder, ich hab ihn. Warte mal, die müssen rauskommen. Wir können die einfach abfangen aus der Rutschstadt, die kommen raus. Aber wir können schon mal ein bisschen mitfangen. Wir müssen eigentlich hier sein. Ah ja, rechts, 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 eine hab ich. Wir müssen fahren, wir müssen fahren, wir müssen fahren. Was, wir vollidioten. Lass den Bounty fahren. Ist er denn wieder im Haus drin? Kann sein, es ist wieder. Naja, er läuft Richtung Rangar, glaub ich. Ja, er ist im Rangar drin, Bruder. Er ist linker Seite, Bruder. Eine Kugel, eine Kugel, wirklich eine Kugel. Er läuft in das Haus rein, das ist um. Ja, dass er das überlebt, ne, wirklich. Wir sind safe alle bei TV, Military und so. Jojo. Bisschen weak, das Auto schon, ne? Ich pop drohne, wenn wir am Kreis vom Team sind. Hey, wir sind auch in der Nähe von dem. Ah, ja, das Auto, das Auto unten drunter. Ne, ne, Quatsch. Er ist geschiebt, Rekt. Hab ihn. Oh mein Gott, den letzten Schuss. Sehr schön, Matze. Äh. Hab ihn noch, hab ihn noch, da hinten noch, da hinten noch. Lass mich noch, lass mich noch, lass mich noch. Ich wollte ihn jetzt markieren. Achter drauf, ob er irgendjemand hinterher ist. Keine Ahnung, wo er ist. Neben mir, neben mir, Matze. Ich hab einen Stunt. Ich erblich auch Stunt, by the way. Ich brauch deine Hilfe. Er ist hier um die Ecke. Ein Meier gesalved. Digga, ist absolute Geek, Matze. Green mit Torrento Ultra. Okay, alles gut. Nice. Hab ihn geholt? Ich hab beide geholt, beide geholt. Nice, Matze. Vor mir sind zwei Jena. Da, wo ich gemarkiert hab. Das war absoluter Keyboarder, Bruder. Matze, ich müsste die jetzt gleich lasern können, Bruder. Einer hab ich schon noch. Ich pusht die, ich pusht die geclosed, ja. Eine Kugel ist ja im Gebüsch. Hier im Gebüsch ist er. Okay. Kann halt nicht durchschießen durch dieses Kackgebüsch, gell. Ich hab ihn direkt markiert, Matze. Ich hab ihn, hab ihn. Nice, 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 nice. Soll ich noch eine Drohne holen, ja, ne? Drohne, Drohne, Drohne. Ich hab acht. Ich hab acht Stück, acht Stück. Ich hab auch acht. Der eine hat Safe, geil. Das sind zwei. Ja, warte, ich seh den. Ich schieß noch nicht, ich schieß noch nicht. Ich schieß, ich schieß, ich schieß, ich hab ihn noch gebraucht. Nehmen, 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 ne. Ich brauch deine Hilfe. Nice. Sehr schön. Genau so, Bro. Gasmasker. Gat um. Bis auf, bis auf, bis auf. Die haben wir schon. Ja, nein. Übergelebt man nicht. Wichtig, wichtig, wichtig. Einer genockt, einer genockt, einer genockt. Die Punt, ich pusht die Close. Jetzt wieder full health. Wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall Geist. So werden wir beide keinen Zirk, also nichts. Unter uns hat ein Team-Up-Team-Ball. In seinem Baum, zwei, 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 noch einer genockt. Nice, nice, Anton. Ein Team war Burger-Laden und ein Team wurde gekauft. Zwei, äh, drei Leute nur noch neben, zwei noch neben, ein Team nur noch. Ein Team nur noch. Das ist das Team im Haus. Finish. Eins gegen eins. Du hast Platten, du hast alles. Warte, ich mach dir den. Der ist direkt am Shop, der ist direkt am Shop. Der ist nicht in der Zone-Up-Up. Ich weiß nicht, irgendwo da war noch einer, aber auf hinten im Hangar auf jeden Fall. Ah, nee. Komm gleich. Ich bin hinter einem Team-Up, das ist nur einer. Ich bin im Bunker, sondern ich fange erst in Wannenbrächer, der, wo ich markiert habe. Bei Silos, Bruder. Schwierig zum Nocken mit FL auf der Range. Nee. Bei mir laufen noch Leute rum. Hinter uns, glaube ich. Web FL. Ich habe einen Lock. Hat sie? Okay. Das ist push-up, das ist push-up-up. Wir haben kurz eine, zwei Platten. Einer campt hier unten am Car. Er läuft in den Hangar rein, Bruder. Einer im Hangar, einer im Haus vielleicht noch. Ich gehe jetzt, ich gehe auf den Tiefen im Hangar. Er pusht mich jetzt. Er ist runtergesprungen, Bruder. Er ist weg, er ist weg. Nice, Anton. Ich habe ich, ich habe ich. Zwei pushen, beide pushen, beide pushen. Du kannst wegkommen, wenn du kommst. Nein, er ist drin schon. Bro, es ist... Was sind das aber auch für Geeks, Bruder? Wirklich. Wir müssen auf Placement spielen. Kleiner Raum, so. Donder ist er aber nicht. Gude, halle, le, le. Wo ist er denn? In einem kleinen Raum, kleinen Raum. Nice. Gude, halle, le, le, dummer Deutscher. Nice. Hast du den Kill bekommen? Nein, noch nicht. Egal, egal, egal. Ich habe mich aber erst dran. Ich brauche dich, Mann. Matze, du weißt, wo die sind, ungefähr, ne? Mhm. Wo ich den rauskomme. Ich sehe die, Bro. Bossen. Markier, 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 markier. Hier drüber. Hier, hier, hier. Die sind jetzt im Friedhof. Beide im Friedhof. Unter dem Felsen. Rechts hinter dem Felsen. Warte, ich sehe. Ich stun ihn sogar für dich. Stunt, Matze. Neben uns. Neben mir direkt, Digga. Einer rechts, einer links, Matze. Wo ist die? Wo werden die Ding? Einfach Geisttypen wieder, ne? Ja, ja. Das ist so nervig, Bruder. Wir können auf Rüsker da nochmal hin. Und Salud holen. Ich weiß nicht. Also, wir bräuchten auf jeden Fall Waffen. Ich schaue gerade, ob einer... Wir müssen schauen, dass keiner hochkommt. Wenn die gleich keiner hochkommt, können die nicht mehr hochbrow, weißt du? Ja, ja. Das sind die einzigen zwei Wege, wo jemand hochkommt. Wenn du was holst, äh, wenn du hörst, sag Bescheid. Oh mein Gott, wir haben Zone. Die sind oben bei mir, Matze. Zwei Leute. Hab ich. Du bist die Beste. Da, Anton. Es ist im Leben nur fast nur noch eins in deinem Kopf. Warte, warte, warte. Ich gebe mal kurz Platten, Bro. Ich habe hier die Ding... Ich bin tot. Ich hasse mein Leben. Alles gut, Matze, alles gut, Matze. Ich habe es. Ich habe keine Gasmaske gehabt, ne? Die müssen unter dir sein. Keine Platten, keine Platten. Nice. Einer steht nach unten. One v one. Anton, der muss lootieren, der muss lootieren. Schöne. Oh, fuck it. Wo ist er denn? Du, ich sehe ihn nicht. Vor dir, vor dir, Deck, vor dir, Deck. Du bist die Beste. Jetzt ist nicht mal Gasmaske, ne? Freiliege ich. Was hat denn da für ein Timing, Matze? Wie er vorbeigelaufen ist? So, lass noch mal landen. Komm, Anton. Jetzt hat noch ein Sieg. Komm, wir haben noch eine Runde. Eventuell zwei, falls sie nur noch schlecht sind, können wir noch die getritten. Nice, du Vogel down. Team Vibe. Ey, wir können keine Kaufe. Lass die Police. Lass die Police. Wir können, würde ich's kaufen gleich. Da können wir alles pushen. Du hast auch noch was? Hier beim Hangar und bei Containern auch noch beim Container Shop. Einer fliegt, ja. Noch einer. Vorne vorne vorne. An einem LKW. Perfekt. Good shots. Wurzeln. Wer hat's auch mit vor? Geh mich hier drauf auf den Truck und holt, was er hat. Ja, ist halt unwege. Okay. Mach, mach, mach. Lohnt sich, lohnt sich. Egal, Anton. Nice, 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 nice. Passt du. Fick, 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 fick. Da brauchst du noch mehr. Ja. Ich mach, ich hol mir Glückhilfe. Top 2. Ah, ne Drohne. Pop, natürlich. Mach, 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 mach. Hinter mir. Ach, Hilfe. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Kann ich mir Loot holen? Nice, Bruder. Nice, Bruder. Nice, 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 man. Halt mir Loot holen. Och, Bruder. In dem Quadrathaus, in dem Quadrathaus. Ja, hol den, du. Tu deinen Loot. Die snipen auf mich, Matze. Ich muss irgendwie dodgen. Die snipen beide auf mich. Okay, warte, 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 warte. Ich geb's auf. Ich geb's hier. Hast du schon hier Geräusch gehört? Ne. Die sind unten, unten. Ne, oben, oben anscheinend. Noch einer, noch einer, Matze. Nein, noch einer, noch einer oben. Hast du, hast du, hast du. Easy, easy. Scheiße, Mann. Easy, Bro. Alles easy. Wir haben 10 Kills. Ich hol dich jetzt wieder. Dann gehen wir hin. Dann sagen wir Superstarler. Die sind gestorben, die sind gestorben. Okay. Ich hab Drohne raus. Landmengwaner, oder? Warte, warte. Kannst du mir Info geben? Ich pusht jetzt. Ist nur einer. Er ist oben auf dem Dach. Er ist oben auf dem Dach, Bruder. Ganz oben. Ja, direkt markiert, direkt, Matze. Ist schon mal gut gewesen, Dach Bruder. In der kleinen Hütte? Ja, ja, kleine Hütte oben. So. Eine, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine Luft. Eine Kugel, eine Kugel, Matze. Oben, hier. Hab ich gleich, warte. Was? Eine Kugel, Digga. Er landet, keine Ahnung, wo er landet. Hab ich. Mein Gott, hat der genervt. Ich brauche jetzt einfach ruhig spielen. Die Zeit ist eh nicht abgelaufen. Ich brauche einfach jetzt einen Win. Also ich sehe mich da 0,0. Wir lassen, wir können halt so Richtung Storage und Bunyat und so laufen, ne? Das ist, na, das ist Storage. Du kannst aufschliegen. Ich werde weg. Kein Trophy drauf. Doch, Trophy drauf. Nice. Ich werde weg, Matze. Drauf gesprayt. Bei der Mille ist zwar auch noch einer, aber, ja. Schau auf den. Nicht auf das, du. Bist du nicht weit vorlaufen, oder willst du die am Anfang anheben? Haben wir einer. Ich will die nicht fighten, aber das ist ein bisschen, das ist eine gute Position. Das sind beide meine. Ich sehe den einen. Ich schieße ihn an. Leicht weak. Shitbreak. Der snipet, Matze. Ich gehe close. Der wird wahrscheinlich auch über rechts zunehmen. Andern, ich gesniped, andern, ich gesniped. Nice. Hast du mich kommen? Hol mich mal. Wieso? Hier, hier war auch noch ein lotter Punkt vor der. Denkst du? Ja, ja, ja. Ich habe den gesehen davor auf der Drohne. Ist das Red oder das nächste? Das ist Red, ne? Das ist das, das hier. Ich mache mal unten die Tür und so. Geh nicht hoch, geh nicht hoch. Einer gedockt. Zivill, zivill, zwei, zivill, zwei, zivill, zwei, zivill, zwei, zivill, zwei, zivill, der halt den. Noch eins. Der hat den geholt. Ich habe keinen, ich habe keinen Grund mehr. Nice, Anton. Du musst einfach, du kannst Autohaus looten, eventuell. Ich weiß nicht, ob da noch was ist, Digga. Mach einfach, mach einfach. Du musst versuchen. Aber da wäre der Shop auch direkt. Da, wo ich markiert habe, eventuell, bei den Häusern. Bounty ist halt sehr risky, ne? Nein, 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 Bounty auf keinen Fall, Bro. Da, wo ich markiert habe. Land, Land, Matze, da, wo du irgendwie gestorben bist. Ja, ich habe einen noch. Dann schaffst du am Leben bleiben. Ich habe einen noch. Ich rein erst mal zu dir. Bist du echt tot? Boah, Bruder. Schießend scharf. Das war so gut. Lauf, 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 lauf. Ich gebe die Klauze. Ich musste halt... Geh weg von denen, ich gehe weg von denen. Scheiß drauf. Sicher soll ich den nicht fighten, Matze? Unten, unten, unten auch einer, unten auch einer. Ich weiß nicht, ich will erst mal denen locken. Nice. Macht self, andere macht self. Nice. Du hast einen Stunt, vergiss nicht. Du hast zwei Stunts. Die schießen vor mir, digga, bei diesen Dreiecken. Weißt du, was ich meine? Geh loadout. Geh loadout. Geh loadout. Ich kann dir null helfen. Ich habe nur... Ich sehe eine, oder? Ich sehe zwei, Leute. Ich habe einen noch. Ich bin safe. Du musst safe, du bist das Key. Ich kann nichts helfen. Ich kann nichts helfen. Er ist genau hinter dem Felsen, Matze. Ich kann dir nicht helfen. Du musst selber spinnen. Ich sehe. Bei mir fighten zwei Teams. Bei mir fighten zwei Teams, Anton. Einer gefinished worden. Einer... Zwei... Ein Team... Du... Du noch. Ich glaube, die sind da hinten. Container, Anton. Ich komme, ich komme, ich komme. Die sind in der Container, Bro. Ja, ich weiß. Du wirst nach links kommen. Was ich verliebt? Pass auf, wir lassen auch auf Zone spielen. Die... 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 Am... 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 Am Stein. Am Stein. Am Stein. Ich flanke die, ich flanke die. Einen Deck vor mir. Hab ich. Nice. Gehst du nicht gefinished? Einen hab ich, ja. Ich gebe den Platten, ich gebe den Platten. Nur noch bei dem Felsen, Matze, den ich markiert habe. Er ist halt mit hinter dir. Er ist one-shot. Er ist one-shot. GG's, man! Let's go, Matze! Anton, du hast bis so big gegangen. Haben wir uns verdient, wenigstens einen dritten Win, Digger. GG in den Chat. Bro, aber... Nehmen wir vor, hätten wir aber die zwei Runden mit Show. Alter, ja, Bro. Hätten wir die zwei Runden noch gewonnen, ne? Hätten wir echt krass, krass geplaced heute.